Moin Moin an alle S.A.O. Freunde und willkommen zu Part 3 Es ist immer noch Spät in die Nacht Wir gehen jetzt erstmal auf die tägliche Crest Mal gucken Erhaltet euch den Sieg eines Gegners Ok Ja natürlich an Und dann gehen wir mal auf Gegnersuche Es ist immer noch Ich hab das nicht Ich bin mir immer noch Ich bin mir noch Ich bin mir noch Ich glaube, ob das so funktioniert. Nein. Bis dahin. Ich. Ich. Oh. Wir pflanzen immer mal hier mit. Mit's Blatt. Oh. Dann passt das hier schon mal. Wo sollen denn hier noch riesen Bienen sein? Mal gucken. Aha, hier haben wir wieder Minzblatt, nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Okay. 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 Auch, auch. Was ist das hier? Ja Dieses Mal campen wir nicht zu viel gegen Knoten Nicht zu viel gegen Knoten ... Ich bin nicht mal... Du den Steeds bräuchst Bich穿 dich Ich habe ein wenig leg, ich habe aber keinen Schmutz Sie sind auch Tiled Aber wir haben ja, nice Ah, guck mal, die Hälfte haben wir schon mal runter Es geht um das, was wir hier noch nicht Das war's für mich, ob wir noch mal die Hälfte haben Das war's für mich, dass wir noch nicht Ja, wie ich meine Hälfte angekommen, keine Hälfte 200 ... Wo ist er hier, unser Freundchen hier? Sein Inka. Der mit seinem riesen Bienenproblem. Ich sehe keine riesen Bienen mehr. Ich sehe keine riesen Bienenprobleme. Ich sehe keine riesen Bienenprobleme. Ich sehe keine riesen Bienenprobleme. Tja, dann hat er Pech. Ganz herrlich. Ich kann ja nur Bienen dann zerstören, wenn ich die auch sehe. Aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Kann ich uns nicht zerstören. Ist doch klar. Ja. 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 So. 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 Oh Ah Aha Ah Quest besiegt Erledigt Aha Aha Gut zu wissen Gut, dann machen wir das jetzt mal anders Dann gehen wir hier weg Und gehen dann nach Ein bisschen weiter nach Norden Nach hier hin Um genau zu lagen Und dann gehen wir mal hier eben ein bisschen Ein paar Wurzeln Äh, bediegen, das heißt für uns Einmal hier hin Da geht's raus Eine ist da unten Die machen wir aber jetzt nicht Nee 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 Der Monster will ich nicht besiegen Was auf Level 55 ist Kommt nicht in die Frage Kommt nicht in die Frage Wir wollen hier ein bisschen schwimmen Die Teile ein Die Trauben Also haben wir jetzt einen Umweg genommen Also Abkürzung eher gesagt Umweg ist es natürlich nicht so eine Abkürzung Ach hier auch schon so eine dicke Fette Nee Was haben wir nicht kriegen Kein Interesse jetzt Da ist das Ziel Was ist das erste besiegt Dann gehen wir zum zweiten Ja komm holen wir mal eben die Kuppe hier ab Ja Ja Dann gehen wir jetzt wieder mit 8 Mann umkwärts Dann tun wir mal eben die Bestie hier besiegen Das geht Das geht Oh 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 Ah, da muss ein bisschen sein, ein bisschen Action. Ja, da muss man ein bisschen sein. Ja, das werden wir noch nicht machen. Ja, da muss ein bisschen sein, ein bisschen sein, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, Ich habe mich eingeladen, nicht in die Stadt gelaufen, das haut mich fort ab. Und das ist ja einst, dass ich mich dann schreibe. Ich habe mich noch nicht so viel zu sagen. So, ich bin set up, Möke. Das war's für heute. krass da können wir weiter marschieren auf jeden fall aber jetzt erst noch reichlich zu tun so die nächste pflanze in 200m das war ja die wo wir ja eben lang gelaufen sind ja 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 und die 30 mal jetzt kommt ja Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So. So. Gibt's, glaube ich, da oben hin. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Ah, okay. Oh, okay. Das war's für heute. Oh, da gucken wir mal nach. Die letzte Pflanze ist hier. Von den kleinen. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Also... Das war's für heute. Das ist aber ein Speicher. Was immer gut heran... Na ja, Speicher. Da. Da. Donner-Käfer. Gut zu wissen. So. 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 Ah, da kommt es ja. Ohhhhhhh. Also ich hab Angst. Guck wo meine Beine fangen an zu ziehen. Wo meine Beine anfangen zu ziehen. Ich schicke mir aber die Küche. Ohhhhhhh. Aber so rangs war das Monster. Ohhhh, toll. Oh, was ist jetzt das Monsterchen? Hä? Ja, da gibt es nichts plötzlich, ey. Hahaha. Hahaha. Letztes Monsterchen Pluck. Pluck wie eine Flonder. Würde ich mal behaupten. HA 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 HA. Es ist platt wie eine Flonder. HA 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 HA. Platt wie eine Flonder. Platt, platt, platt. So, mal gucken hier. Ja. 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 Eine ist dort. Besser. Aber jetzt. War die erschreckend. Nein. Okay. continually. Ah, ja. Machen wir vollschlebeln. UIIIIIIIII UIIIIIiuul wurden mit dem Level laying 85. Neu Guck, Gott. Guck, leu T Remember, Okay. Die haben wir hier noch nicht entdeckt. Ah, wir machen uns hier wieder auf den Weg, weil der Gegner hier einfach für uns noch zu stark ist. Das muss man leider dazu sagen. Was hier für uns viel zu stark ist. Die Süßpilze haben wir mal mitgenommen. Ach, ja, stimmt. Wo hier noch eine ist, das weiß ich, da gehen wir direkt hin. Dann brauchen wir da oben nicht nochmal hin, extra. Wir warten, Tor. Ja, wir haben hier irgendwie durch. Waschieren wir mal eben ganz nach oben. Weil zum Schluss kommt ja auch noch zwei Pflanzen. Die können wir dann nicht weg auf einen Schlag mitnehmen. Und dann passt das schon. Ich bin schonmal jetzt auch mal mitgenommen. Ich bin schonmal mitgenommen. Eigentlich ist nicht dort. Ich bin schonmal mit ihm an. Ich bin schonmal mit ihm an. All diese Lace gewählt, ich denke dann gut es nicht an. Hier habe ich einen Schlauch. Die Leute versuchen sie an. Ja, ich bin eben noch mal auf. Das ist nicht schonmal. Die Leute haben sich, dass ich nicht gewählt. Sogen wir hier. Das ist nicht. Warum? Warum? Dann haben wir die nicht schon mal hier erledigt. Warum? Warum? Dann haben wir die nicht schon mal hier erledigt. Warum? 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 Wenn man keinen Bock zu klettern hat, geht man da auch. Oh, da brauchen wir gar nicht hin. Oh, wir müssen hier vorne nach. Die nächste ist nämlich hier. Wir beteiligen den Unvertrag. So, mal gucken, dann ist das erledigt. Spielen wir mal hier hin. Das ist das. Das weiß ich. Nein, 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 nicht Du, 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 du... So, jetzt habe ich auf einen richtig guten Weg Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020